Desire ist eine Leuchtspiegel-Kollektion, die von unserer Forschungsabteilung in einjähriger Zusammenarbeit mit Fabrice Knoll, Facharchitekt aus dem Hotelsektor, entwickelt wurde. Desire wurde auf der Grundlage von Produkten entwickelt, die bereits zum Sortiment von Saint-Grobin gehörten, unter anderem der Spiegel MyRelight Revolution von Saint-Grobin-Glas mit extrem niedrigem Bleigehalt, sowie eine Auswahl an LEDs, die von der Forschungsabteilung auf ihre Eignung geprüft wurden. Desire bietet gleich mehrere Vorteile, zum einen das innovative Design, und das steht erst am Anfang des Entwicklungsprozesses. Eine makellose Ästhetik, das Qualitätsspiegel-Glas MyRelight Revolution von Saint-Grobin-Glas und dazu eine Antibeschlagsfunktion mittels einer erhitzbaren Beschichtung auf der Spiegelrückseite. Desire ist ein geprüftes Fabrikat und entspricht sämtlichen geltenden europäischen Normen. Desire wird in den europäischen Werken von Glass Solutions hergestellt. Desire ist über sämtliche Vertriebsnetze von Saint-Grobin und im Besonderen über Glass Solutions erhältlich. In Frankreich erfolgt der Vertrieb von Desire über Pradel. Desire umfasst aktuell fünf verschiedene Modelle. Die Produktreihe wird im Laufe der kommenden Jahre in Zusammenarbeit mit unseren Kunden weiterentwickelt und den individuellen Kundenwünschen angepasst. Die Produktreihe Desire beruht auf der Erkenntnis, Menschen müssen sich pflegen und Pflege hat auch etwas mit Wellness zu tun. Der innovative Spiegel wurde entwickelt, um bei der Betrachtung seines Spiegelbildes nicht unnötig, unvorteilhaft im gränen Licht ausgesetzt zu sein. Darüber hinaus erzeugen die Formen ein Wellness-Feeling, daher die Seifenblasen, Kieselsteine und sonstigen stilisierten Akzente, die jeder mit dem Begriff Wellness in Verbindung bringt. Die Leuchtspiegelreihe Desire wird ab Januar 2013 von Pradel über zwei Vertriebsnetze angeboten, intern über Glass Solutions, sowie über den Fachhandel, der sich direkt an Installateure und Elektriker wendet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017